Ja, ja, dann lass jetzt. Okay, dann, jetzt, komm. What? Okay, das ist insane. Moin! Ich hab immer noch keinen Bart, aber deine Fingerdegel sind schwarz. Yeah! Vielleicht ist es noch meine Freunde. Dieses Video kommt raus an meinem Geburtstag und einen Tag vor meinem Geburtstag hat sich Kelskling gedacht zum Einleuten. Zum Einleuten der neuen Partnerschaft mit Kelskling, die netterweise auch tatsächlich mich nicht nur mit einem neuen Stuhl von Noblechairs, oder auch einem neuen Rechner von Kelskling ausgestattet haben. Nein, sondern auch mit einer Menge Geld jeden Monat, damit ich weiterhin meine Miete zahlen kann. Haben Sie sich gedacht, zu deinem Geburtstag bringen wir dir doch einfach einen neuen PC? Und ich dachte mir, das mach ich dann auch auf jeden Fall und geb dem was zurück und jeder weiß, dass ich gern rappe und ein ziemlich guter Rap. Warum? Das weiß keiner. Und ich hab hier grad was kurz geschrieben, okay? OP-Beats, bitte claim ich nicht dafür. Danke dir, Johannes und doch Case King, für diesen neuen Rechner, Disenstatements. Gute, graflich, geile Kühlung und auch LEDs. Ja, also, mehr haben wir noch nicht. Du hast das geschafft, was so ein Song schaffen sollte. Es hat mich berührt, Mann. Aber wir müssen das jetzt mal ein, weil die kommen ist, da ich nicht dachte, es wird saugeil und unangenehm, wenn die da stehen und wir einfach anfangen zu singen. Es wird nicht geil, es wird einfach nur unangenehm. Ja, und ich will, dass die einfach mit diesem schweren PC in der Hand stehen. Können wir einfach kurz rein, es regnet und wir wollen rein. Danke dir, Johannes und doch Case King. Ja, geil, okay. Also, wir schreiben ja schnell zu Ende. Gute, grafisch, geile Kühlung und auch LEDs mit eurem Geld. Was war das denn, Digga? Danke dir, Johannes und doch Case King, für diesen neuen Rechner, Disenstatements. Was geht los? Obsidian in Minecraft. Jetzt stell dich nicht hier hinter die Tür. Ich weiß nicht, dass ihr kommt, ja? Leute, ey, Case King ist da. Hallo? Das ist ja ein Reiserechner, den ich mir doch... Ja, den kannst du einfach unter den Arm klemmen und dann... So, Arkanin, das läuft gut. Meinst du, er kann den aufmachen? Mach mal auf. Ich glaube, das hilft. Riecht, ja? Ja, sollen wir aufmachen, oder? Ja, let's go. Ich habe sogar eine Schere hier. Boah, du musst mich gut vorbereiten, ansonsten habe ich auch ein Messer dabei. Alter, was ist das für ein Gerät? Soll ich dir was sagen? Ja. Jetzt oben kann ich aufmachen, schon. Sag mir nicht, das geht einfach. Das ist das Produktdesign, mein Freund. Alter. Ich würde sagen, du gehst gleich einmal ganz kurz raus. Dann bauen wir den auf und dann darfst du gucken. Das machen wir so. Ey, das ist wie Geburtstag, passt ja eigentlich. Das ist morgen, ne? Ich habe morgen Geburtstag. Alter. Okay, pass auf. Soll ich jetzt rausgehen? Ja. Oder? Ja? Gut, dann. Tschüss. So. Ich schneide mal üben. Danke dir, Johannes. Und auch Case King. Danke dir, Johannes und auch Case. Danke dir, Johannes. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, Bro. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Du kannst das. Du merkst drauf an dich. Denkst du, das war ja umsonst? Wir gehen jetzt hoch, nimm den Hund mit und lassen die einfach mal machen. Stell dich da hin. Da hin? Hohl diese Wand. Sieht gut aus, meinst du? Ja. Okay, Johannes, das ist nur für dich. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe die hier einfach mal runtergeschrieben. Okay? Das kommt von Herzen, Johannes. Okay? Für mich ist es was ganz Wichtiges, okay? Danke dir, Johannes und auch Case King für den neuen Rechner. Das sind Statements. Gute Grafik, geile Kühlung und auch LEDs. Mit eurem Sch*** gönne ich mir PKWs. Ich möchte einfach nur mal Danke sagen und auch Danke für den kranken Wagen wegen Geld. Jeden Tag eingenustig auf dem Nobelsch der Sitz. Wollt ihr wissen, wie es zum Rücken geht? Besser jetzt. Das berührt mein Herz, wirklich. Also ich bin tiefst gerührt von deinen libyschen Künsten. Vielen Dank. Das habe ich selbst geschrieben. Wirklich? Ja. Ernsthaft? Oh, okay, das ist schon ein bisschen süß. Ja, let's go. Wollen wir gucken gehen. Fandst du das jetzt unangenehm oder? Nee, ist okay. Fandst du cool? Ich fand, war schon lustig. Nee, war ernst gemeint. Ja, ernsthaft. Ich will Musiker werden. Ja, bitte sehr. Ja, nee. Warte ganz kurz. Bist du aufgeregt? Ja. Ja, ja? Ja, dann lass du jetzt. Okay. Bis dann, jetzt kommt. What? Oh, Digga, was? Alter. Okay, das ist insane. Okay, das ist wirklich crazy. Das ist noch mal krasser als der Rechner, der der Vorgang kam. How? Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen und Gedanken gemacht vielleicht. Alter, Junge, was? Willst du zählen, wie viele Lüfter drin sind? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeit Stück? Vierzehn? Auf der anderen Seite auch noch? Nee, nur vorne. Guck mal, vorne ist doppelt, doppelt nicht bestückt. 23? Das sind 16 und 5. 21 sind es da. Boah, krass. Crazy. Oh mein Gott, das ist ja da unten reingefräst, sehe ich gerade. Ey, check mal, guck mal hier. Das ist einfach, ey, das ist ja so krank clean. Diese Frosted-Röhren sind ja anders crazy. Kann man den aufmachen? Kannst du einfach ziehen? Einfach erhöhnen. Also das ist, mit dem Tinted-Glas sieht das noch mal krasser aus. Alter. Komplett Custom-Wasser-Kühlung wieder. Ich sehe 64 GB RAM. Yes. Einen Prozessor kann ich erahnen unter der Kühlung. Was ist das? 1,9. 1,950 X. AMD. Perfect. Und natürlich nur 30,90. War ordentlich gelb verworben. Crazy. 30,90 ist die krasseste Rappelkarte gerade, was? Yes, Sir. Wie habt ihr die bekommen? Die ist doch von der Außenkarte, oder? Krass. Geht es doch? Man, wenn man sich was abzapfen will, kann man einfach dann nehmen, ne? Das ist eigentlich ein Rekter, den muss man eigentlich sogar auf den Tisch stellen, oder? Ja, vielen, vielen Dank, Mann. Ich bin wahr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Alter. Ja, mal gerne. Wahnsinn. Ey, was soll ich sagen, Leute? Johannes ist gerade wieder gone. Der neue PC ist hier. Ich möchte nur ganz kurz announcen, bevor jetzt hier irgendwer denkt, ich werde für dieses Video bezahlen. Das ist Teil meiner Partnerschaft mit Case King. Hell no, ist es nicht. Ich wurde dazu nicht genötigt oder muss das irgendwie innerhalb von meinem Deal machen. Ich bin einfach nur sau froh, dass ich mit Case King jetzt quasi eine neue Partnerschaft eingehen kann. Ich finde das übertrieben krass, dass wir mit Noble Chair einen richtig starken Partner und Case King auf unserer Seite haben. Ich finde das sehr, sehr geil. Wie gesagt, dieses Video hier ist nicht part of the deal. Eigentlich wäre das Video nur bei denen gekommen, aber ich dachte mir, es passt ganz geil, weil es ist das krasseste Geburtstagsgeschenk seit lang. 10.000, 11.000 Euro soll das Ding hier kosten. Absolut Wahnsinn, wirklich, also verrückter Rechner. Und ich finde, ich habe selten einen Rechner gesehen, der so sleek aussieht. Ich mag minimalistische Sachen. Ich mag es, wenn es simpel und einfach ist. Und es ist nicht zu verspielt, dieses Frosting, diese ganzen Farben, es sieht einfach zu krank aus. Hier unten das Logo hinter dem Milchglas, das alles macht es irgendwie. Es sieht einfach nur unglaublich sick aus und ich würde sagen, riesiges Dankeschön an Case King. Checkt auf jeden Fall gerne die Links in der Beschreibung aus. Und schaut auf jeden Fall auf eurem Case King Kanal vorbei. No Werbung an der Stelle, Full Werbung an der Stelle. Da gibt es nämlich eine komplette Dokumentation, eine Dreiteile, wie dieser Rechner entstanden ist, was für Gedanken da reingeflossen sind und wie das Ganze designtechnisch irgendwie verpackt worden ist. Richtig, richtig wild. Auch zum Technischen kann ich nicht sehr viel sagen. Ich weiß, dass da eine 3080 Ti, glaube ich, ist es, ne? RTX 3080 drin ist, den Prozessor. Den schreibe ich einfach unten rein. Ich weiß es nicht. Es ist ein AMD-Prozessor, kein Intel. Hat auch seinen Grund, weil die wohl scheinbar gerade besser performen. Und den ganzen anderen Rest checkt es bei Case King aus. Ich kann es euch nicht sagen, ich bin einfach nur unglaublich glücklich. Und jetzt gibt es hier noch ein paar wunderschöne Porn-Shots von diesem geilen Biest. Und ich würde sagen, ich freue mich auf die nächsten Tage, mit diesem Ding zu spielen. Macht's gut und jetzt ganz viel Spaß beim Viewport. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.